Gerade von den Farans, die hier leben, die mit Frauen beseelt sind und die mir alle das gleiche erzählen, dass die Teilfrauen hier nur abzocken und hier geht es nur ums Geld und hier wird nur betrogen und gelogen und hintergangen und die hassen grundsätzlich alle Farans. Meine letzte Prostituierte, die ich wieder mitgenommen habe und nicht gepickt habe, weil ich einfach keine Lust habe, aber ich brauche halt ab und zu mal Gesellschaft, das maße ich mir einfach an, das haben zu wollen. Und nach wie vor ist mein Anspruch an Geld gerechtfertigt für meine Begriffe und mich interessieren auch meine Begriffe. Punkt aus Ende. An der Stelle vielen Dank für die, die mir Geld zukommen lassen haben. Es ist wie immer zu wenig.